Hallo und herzlich willkommen zurück zum Legendary Report. Es geht weiter direkt mit einer Zweihandwaffe, 2436,8 Damage. Alle Gegner, die vom Schuldspruch betroffen sind, rufen ebenfalls eine Explosion hervor. Hm, dann müsste ich erstmal gucken, welche Fähigkeit überhaupt Schuldspruch ist. Äh, wenn ihr es wisst, welcher Klasse diese Fähigkeit hat, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, ich weiß es nämlich gerade nicht. Dann geht's weiter. Magierfaust habe ich bekommen, ähm, aus... wo habe ich die herbekommen? Ich glaube, ich habe wieder Blutsplitter eingetauscht und da habe ich dann die Magierfäuste herbekommen. Mit Intelligenz, Aorus, ähm, Feuerfertigkeiten drauf ist ja immer. Ähm, Angriffsgeschwindigkeit leider. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn die Crit damit drauf gewesen wären, dann hätte man auch zusätzliche Chance drauf holen können. Äh, aber für, ähm, eine Klasse, beziehungsweise jetzt hier für eine Magier mit Feuerfertigkeiten sind die gar nicht so schlecht. Dann Leroy's Krone bekommen, die habe ich auch aus der, ähm, ja auch für Blutsplitter wiederbekommen. Ähm, gar nicht so schlecht. Ne, Intelligenz, Vitalität, Crit, Chance, kann man dann Sockel drauf rollen. Oder halt eine Fähigkeit, die man dann mit der jeweiligen Klasse benutzt. Ist sogar ganz cool, der Helm für, ähm, für ein WD. Wenn man hier noch Säurewolke dann drauf rollt. Weiter geht's mit Sklavenfesseln. Ähm, Stärkewitt. 10% Bewegungsgeschwindigkeit. Joa, finde ich so toll. Das berühmte, ähm, Odin, also einer meiner Mitspieler, sagt immer dazu das Nokia-Handy, weil das, äh, ja, so aussieht anscheinend. Weil es einfach nur ein dicker Klumpen ist. Und, ähm, die ist richtig cool, die Waffe. Besonders für Tankmonks. Hat nämlich die, den Effekt 39,1% Chance pro Treffer, den Gegner zu betäuben. Ähm, geht bis zu 50% hoch. Also die ist super geil für Tankmonster. Ach, Tankmonster, ich meine natürlich Tankmonks. Ähm, weiter geht's. Ich habe nochmal einen Schnitt gefunden. Stärkewittroll. Hier könnte man jetzt den Vitalitätsroll wegmachen und dann dafür ein, äh, Sockel draufhauen. Gar nicht so schlecht, die Waffe vom Damage. Dann die ruhige Hand. Ruhige Hand hat immer Angriffsgeschwindigkeit drauf. Hier jetzt mit physischen Fertigkeiten verursachen 70% Schaden. Ähm, ja, also ganz cool ist die bestimmt. Ich weiß, ah, nee, ich glaube, die hat auch immer Rüstung drauf. Na, wenn man die jetzt hier noch mit Stärke kriegt und noch mit Crit. Chance. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es möglich ist bei den Armschienen. Aber dann werden die richtig cool. Ähm, Zielsuchplatten habe ich bekommen. Stärke, Stärke Vitalität. Und, ähm, ja, die haben halt den Effekt, dass wenn ich angegriffen werde, habe ich euch auch schon mal in einem anderen Legendary Report gezeigt, dass ein Schild um euch herumkommt und ihr nicht mehr unterbrochen werden könnt, wenn ihr ein Startportal, ähm, macht. Zusätzlich, ähm, ja, bekommt ihr 55% weniger Schaden. Dann Mord. Brauche ich nicht zu viel sagen für. Goldhaut bekommen. Stärke, Vitalität hat immer den Effekt drauf. 100% mehr Gold von Gegnern. Und Gegner lassen manchmal Gold fallen, wenn ihr sie trefft. Ja, ist okay. Kann man einen Sockel drauf machen für die Rüstung. Weiter geht's. Mit, äh, Armschienen habe ich bekommen. Set-Armschienen. Total cool. Ähm, ich versuche ja hier, ja, wer nicht, wer versucht das nicht, hier Sets zu sammeln. Aber, das ist mein erstes Part für, ähm, das zweite Crusader-Set. Ähm, könnte man theoretisch sogar noch mit anderen Klassen benutzen, weil es ja keine Crusader-spezifische Fertigkeiten, äh, hat. Was jetzt hier irgendwie bonusmäßig was ausmacht. Aber, ähm, ja, die habe ich halt gefunden. Dann die Verwehrung bekommen. Stärke, Vitalität, Int. Eigentlich relativ cool, das Schild. So von den Stats her. Ja, also ein relativ starkes Tank-Schild. Vitalität-Wall ist sogar Max mit 750. Dann habe ich Armschienen bekommen. Uralte, partanische Schützer. Habe ich zweimal bekommen. Ich habe die gestern zweimal gefunden. Einmal die hier. Stärke, Vitalität, Always. Ähm, habe ich mir noch physischen Fertigkeiten. Wo es auch 90% mehr Schaden drauf gemacht. Für jeden betäubten Gegner im Umkreis von 25 Metern erleidet ihr 11% weniger Schaden. Ist natürlich total cool, wenn ihr einen Monk dabei habt, der, äh, die Vorschlag-Faust besitzt. Weil, die betäubt ja die Gegner. Und dann bekommt ihr automatisch von Gegnern, die betäubt werden dann, also, beziehungsweise, ihr bekommt dann halt weniger Schaden durch die Gegner, die der Monk dann betäubt. Also, relativ coole Kombos kann man dann, äh, im Team wieder damit machen. Ja, hier dann das zweite Paar, was ich bekommen habe. Ist von den Stats her ein bisschen weniger gerollt. Ähm, hier könnte man sich jetzt überlegen, was mag ich lieber. Mag ich jetzt lieber, reduziert den durch Nahkampf, äh, Kampfangreife erlittenen Schaden um 6%? Oder, mag ich lieber hier, erhöht den Radius, indem Gold und Heilkuchen aufgesammelt werden um 2 Meter? Muss man dann abwiegen, was man dann besser findet. Ich finde jetzt hier lieber den reduzierten Schaden etwas angenehmer. Aber okay. Dann habe ich gefunden Talrashas Spange. Ganz witzig, mit meiner, mit meinem Crusader habe ich die gefunden. Also, ihr seht, oder ihr kennt es bestimmt selber, man findet auch, äh, ab und zu mal Items für andere Klassen, was aber nicht so schlimm ist, wenn man mal überlegt, im Vergleich zu früher hat man ja eigentlich nur Scheiße gefunden, die nicht für sich selbst, äh, gedacht war. Zweimal ewige Einheit, ist ein starker Tankring. Hier, der hat sogar 20% Leben, Maxroll, 464 Witt und ein guter Scherkerroll. Ähm, dann, das ist der schlechteste Ring, den ich je gefunden habe. Ja, der hat nämlich alles drauf. Geschicklichkeit, Intelligenz, Vitalität, Stärke, Leben, Prozentual, Aorus und noch ein paar passive, äh, sekundäre Fertigkeiten. Tja, nicht so dolle. Einen Gürtel bekommen, mit Stärke, Always. Getötete Gegner, wir werden 153 Erfahrung und der Radius wird nochmal erhöht. Ja, das sind schon mal ein paar Items. Dann geht es aber noch weiter. Ich habe noch einen Helm bekommen. Das zweite Setteil von, äh, Arkans Set. Ich habe jetzt den Helm. Habe ich Stärke, Vitalität und, äh, Leben, Prozentual, habe ich jetzt hier drauf gemacht. Ähm, und, Ich weiß, es ist ein Legendary Report. Ach nee, ein Item habe ich noch vergessen. Das sind meine Hosen. Die habe ich gerade eben noch, äh, gefunden aus den Kisten, aus den Chestruns, die ich ab und zu mal mache. Sie sind todlangweilig, aber ab und zu mache ich sie mal, wenn ich gerade nichts zu tun habe nebenbei. Ähm, die sind ganz erstmal ganz okay. Mit Stärke, Vitalität, 10% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Dadurch konnte ich dann, mit meinen Paragon-Punkten, äh, habe ich nur noch 4% Bewegungsgeschwindigkeit. Und der Rest alles in Stärke geballert. Also schon ganz cool die Hosen. Äh, 10, ach, 12 wäre sogar noch besser. 12 wäre sogar Max gewesen. Sockel habe ich hier übrigens drauf gewollt. Da war, glaube ich, Rüstung drauf oder irgendwie sowas. Ja, und jetzt komme ich auch schon zum letzten Item. Es ist diesmal kein Legendary, sondern es ist ein cooles, cooles Amulett, was ich für meinen Crusader gestern gefunden habe. Mit 100% kritischer Trefferschaden, 616 Stärke, 58 bis 108 Schaden und zusätzlich habe ich noch physische Fertigkeiten verursachen, 50% mehr Schaden draufgerollt. Der eine oder andere wird jetzt sagen, nee, was ist das jetzt für ein scheiß Amulett? Da ist ja gar keine Kritisch-Chance drauf. Aber, mein Crusader-Guide kommt bald und da werde ich euch auch erklären, warum ich hier bei meinem Crusader absolut keine Krit-Chance habe. Ich habe nur 5% Krit-Chance. Die einen oder anderen, die meinen Livestream gucken, wissen schon warum. Und, ähm, ich werde es euch aber in den nächsten Tagen, wird auf jeden Fall ein Guide kommen, brauche noch ein bisschen Zeit dafür, um, äh, das Ganze auch alles wirklich schick zu machen. Ja, das war der Legendary Report. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da. Wir sehen uns auf meinem Livestream. Bis dann, euer Matsi-Gin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.